Wir fangen aber an mit einem Klassiker und zwar will ich dieses Nein-Steffen-Ding jetzt hören hier. Äh, wo ist es denn? Steffen Nein, hier ist es doch, Alter. Das, äh, das, äh, das interessiert mich doch mal. Disclikes und Likes, absolut stark. Äh, Nein-Steffen-Nein-X-Iria, okay. Kann doch scheiße werden, Leute. Let's go. Was war das jetzt? Ja, Iria, gib mir dein Handy. Nein, Steffen, nein! Nein, Steffen, nein! Gib mir dein Handy. Nein, Steffen, nein! Gib mir dein... Was ist denn... Was ist denn das... Hä? Ich... Däger... Nein, nein, Steffen, nein! Musst du immer alles kaputt machen. Was passen du nicht? Okay, der Running-Gag ist ja, dass dieser Typ seiner Schwester immer das Handy kaputt macht, oder? Das ist doch... Ist das, ist das, ist das der Comic-Wert? Also, ist das, sag ich mal... Vielleicht ganz kurz zur Verständnis so. Kann mich kurz jemand aufklären? Der Joke ist, dass dieser Bruder seiner Schwester immer das Handy kaputt macht, oder? Worum geht's? Und sie sagt immer, nein, Steffen, nein. Und das ist dann lustig. Ich fühl's. Es ist... Tief im... Ich... Großer Fan. Hier hast du dein neues Handy. Ich will sterben. Danke. Hä? 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 Was ist das für Musik auch? Digga, da ist ja nicht mal eine Songstruktur gegeben. Ich dachte schon 1,29. Was erwartet mich hier? Typischer, typischer, typischer Deutschrap-Song, Alter, an der Stelle hier. Der, der, der mit zweimal Hook und einem Part daherkommt, oder was, und einer Bridge. Aber das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist, ist das ein Gedicht? Ist das, ist das eine neue Kunstform? Ist das so eine Art Poetry-Slam? Muss man geistig behindert sein? Ich weiß es nicht. Ich versteh's nicht. Tut mir leid. Ich, 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 ich jetzt nicht. Tanze der Wirk... Will der uns damit triggern? Will der mich abfacken damit, Alter? Will der mich damit abfacken, Junge? Digga, der Beat ist anders, Much. Allein, allein dieses, oh, oh, oh. Das ist so ein Standard-Wall-Sample von so einem, von jedem Dreck-Synthesizer. Einfach so Vocal-Chops gespielt. Also wahrscheinlich von einem Nein-Steffen-Nein-irgendwas genommen oder sowas. Und dann aber auch mit einer A-Tonalität, also diese Melodie dahinter ist ja der... Das klingt ja einfach nur schrecklich, Mann. Das klingt, Digga, da ist ja, da höre ich lieber... Digga, da gehe ich, da gehe ich Fullend, da gehe ich Fullend jetzt rein, Leute. Und sage, und sage, Digga, da ist mir das hier angenehmer, da ist mir das hier angenehmer. Da höre ich lieber das, als... Digga, nein, Steffen, nein, Steffen, nein, hör auf, Musik zu machen, nein, Steffen. Ich will jetzt hier keinen 15-Jährigen dissen, aber das geht nicht. Diese Steffen nervt selbst mich, diese Videos sind so weird. Jeder macht uns zur Zeit nach, das war das Ziel, habt ihr kapiert? Ich bin ja gegen Mobbing, aber... Digga, das ist so anstrengend, Mann, ich schwöre dir. Ich kann mir, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, so hört sich eine Kokain-Überdosis an. Wenn man wissen würde, wie eine Kokain-Überdosis sich anhört, ist das genau der Sound. Genauso hört sich das an. Das Ziel habt ihr kapiert. Dieser scheiß Bass, das klingt... Ey! Blöd! Ich kann nicht! Was? Digga. Also... Das ist das Lied, was ständig bei Knossi im Kopf läuft. Das muss es sein. Iria, Iria, gib mir dein Handy. Ein Stück zurück, lass es jetzt sein. Wir nerven ganz Leute, mit Nein, Steffen, Nein. Steffen! 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 Ich glaube, ich habe eine Psychose. Ich glaube, ich habe wirklich von Musik gerade eine Psychose bekommen. Also... Ich kann es mir nicht... Ich... Danke für die Gifted Zaps. Ich habe... Ich habe... Ich habe eine Psychose. Nein! Ich werde mich heute... Heute werde ich... Ich... Ab! Ich werde mich heute beim Psychologen melden müssen. Es tut mir leid, das ist... Ach du Scheiße. Nein, Steffen, Nein ist ab jetzt überall verfügbar. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ja! Wer dachte mit ihren... Ja, Mann, das wird ein guter Song, WTF-Ohrenkrebs. Welche Musikrichtung? Steffen, alles. Ja, ja. Nein, Steffen, nein. Niemand. Wirklich niemand. Gib mir dein Handy. Ich dachte... Das ist doch mit Absicht so schlecht. Das kann doch... Die wollen doch... Es ist eine Schande, dass so unter dir die in der heutigen Welt tatsächlich Erfolg haben, Geld mit einer Rotze einnehmen. Mein Stream. Ey, Digga, jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Steffen würde es schwierig haben, meine Freundin zu finden. Ich glaube nicht. Steffen würde eine Menge Instagram-Follower haben. Und wenn der E-Penis einmal rausfährt, dann geht Ste... Steffen... Steffen würde reinfahren. Digga, also wirklich. Das ist... Das... Sorry. Ich bin... Diese Breakdown... Ich bin... Es ist doch... Das muss doch... Also es ist doch mit Absicht... Es muss ja mit Absicht so konzipiert sein, dass es Leute triggert, oder? Das ist doch wirklich so... Das ist doch einfach das... Pure Provokation. Ja, genau. Genau. Das ist doch wirklich... Das ist doch bewusst... Das ist doch bewusst so gemacht. Das kannst du mir nicht anders erzählen. Digga, also... Ja. Ne, interessant. Steffen Miro. Ich, ähm... Der ist aus Namibia. Jetzt wird es, glaube ich, ganz wild, Leute. Ich bin... Ich war ja schon mal in Namibia. Ne, das kann ich... Das wäre ein zu kranker Zufall. Ich habe in Windhög... Habe ich ein Foto mit einem Zuschauer gemacht. Weil wir ja da waren. Das ist der aber nicht, oder? Wir haben ja da unser... Wir haben ja da... Wir haben ja da unser... Wir haben ja... Wir haben ja unser... 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 Äh... Charity-Projekt, ja? Das ist... Das ist nicht ein Fan, oder? Von mir. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Kommt, es ist... Egal. Lassen Sie sich drüber reden. Wir reden nicht mehr drüber, okay? Wir reden nicht drüber. Wir machen weiter. Vielen Dank.